Hello sexy boys and girls, ich hoffe ihr seid gut ins Jahr 2024 geflutscht. Es gibt ein paar News, ein paar Updates und ich wollte euch sagen, was euch dieses Jahr so erwartet. Es ist nämlich richtig krass, ich bin jetzt verlobt. Yes, also ich bin mit dieser super netten Dame verheiratet. Nein, Quatsch, bin ich gar nicht. Yes, ich bin mit der Sprecherin von Snow und Blue nun verlobt und jetzt spaziere ich gemütlich ins Arbeitszimmer und werde euch kurz erzählen, was euch 2024 auf diesem Channel erwarten wird. Hier im Hintergrund seht ihr übrigens schon den neuen Charakter Ten, an der ich heute im Livestream um 20 Uhr weiterarbeiten werde. Sie ist einer von zwei neuen weiblichen Charakteren, der dieses Jahr neu dazukommen wird. Der andere weibliche Charakter wird die Mutter von Blue werden. Das heißt, es wird weiterhin nice and spicy Content sowohl auf YouTube, TikTok, aber auch Patreon geben. Auf Patreon habe ich so einen kleinen Hentai gerade veröffentlicht, wo Gojo von Jujutsu Kaisen so einen kleinen Gastauftritt bekommen hat. Also da gerne mal vorbeischauen und ich habe auch vor, dass man zukünftig dort weibliche Anime-Charaktere, die vorkommen sollen, voten kann. Und ich will mich einfach nochmal für 2023 bei meinen Patreons bedanken, denn ohne die wäre es nicht möglich, dass ich weiterhin diese crazy Videos produziere. Aber auch einfach fettes Danke an alle Leute, die einfach meine Videos schauen und die Videos teilen. Das hilft einfach auch unglaublich. Ansonsten haue ich einfach jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntags kleine YouTube Shorts raus. Und jeden zweiten Sonntag seht ihr dann eine längere Animation, die ein bisschen zeitaufwendiger ist, also einen längeren Sketch. Weil Animationen sind sehr zeitaufwendig, ich will euch halt einfach mit weiteren kleinen knackigen Content zwischendurch füttern. Ansonsten wünsche ich euch einfach ein hammermäßiges 2024. Danke fürs Gucken des Videos. Bis dann Leute. Ciao.